Hallo meine lieben Freunde der Nacht, willkommen bei Dynamic GG und ich bin's mal wieder, euer Kaisen. Wir sind wieder bei der dritten und leider Gottes auch letzten Folge zu Counter-Strike 2D. Nach nur drei Folgen ist es schon wieder vorbei. Ich habe mir aber gedacht, mehr gibt es eigentlich vom Spiel nicht zu zeigen als das, was ich bisher so großartig gezeigt habe. Es sind, ja, schon ein paar Maps da, aber im Grunde laufen sie alle gleich ab. Auch das ganze Bombenleger und Lasergedöns, was es da gibt, also die Spielmodi machen jetzt nicht so ultra fun, aber der SH, God Mode, wie auch immer der heißt, der ist Killer, Killer, Killer. Wie ihr seht, habe ich mir für die letzte Folge noch gedacht, so eigentlich, hey, wieso machst du nicht ein bisschen ein Layout rein, wenn es nicht nur ein schwarzer Bildschirm ist. Ja, da halt mit OSB oder OBS, hier ist es, Open Broadcaster Software, so, mit dem ich jetzt das Spiel zum Beispiel gerade aufnehme. Habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, das anders hinzukriegen, außer so einem kleinen Bild. So, dass jetzt meine Cam schon viel größer ist als das Bild von CS2D. Auf jeden Fall spielen wir jetzt eine letzte Runde, eine letzte Folge, 15 Minuten lang, Counter-Strike 2D, SH-Mod, oder Game-Modi, oder wie auch immer. This guy, ich hoffe, dass er nicht mehr da ist, der dem hier echt genervt. Superhero Dust 2. Humiliation. Ja, man, this guy ist nicht mehr da, aber dafür spielen wir jetzt zusammen mit Paranoid, Coffee and Catou, Metropolis, Faxbill, oder Faxbill, The Deagle Master und Samirel Crack, Samirel Crack. Ah, fällt mir so gerade so auf, vier davon sind Bots. Ähm, ja, gut. Naja, spiele mal halt einfach. Scheiß drauf. Baudelette. Für mich reichen sie gerade noch. Macht mal langsam, Jungs. So. Auf geht's. Ah. Wirbelsäule knacken und los geht's. Ja, da, 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 da. Und schon wieder bin ich irgendwo eines hingespawnt worden. Gold. Und schon wieder passt nicht zu. Ja, da, 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 da What to do, what to do. Hey, wie nervig ist denn der Scheiß? Der kann auch nur bei seinen Scheißgeschützen stehen, ganz ehrlich. Da krieg ich so einen Hals, da krieg ich so ein Skotze. Ja, Double Penetration. Ey, ich hab ihn gekillt. Aber jetzt kommt da so ein Ficker von hinten. Ja, ja. Ja, jetzt hat der den Kill gemacht. Ganz ehrlich, da krieg ich vaginale Eitern von. Wenn ich sowas seh. Vaginale Eiterbläschen, die aufplatzen. Da kann man ja nicht langlaufen, da stehen wieder die Scheißgeschütze. Ey, das sind immer die Leute, die ich für sich selbst arbeite, ne? Was? 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 Ohm. Ah, ja. Humiliation. Humiliation. Ich bin schon wieder so eilsam. I'm a lonely girl in a lonely map. Wah! Mit vaginalen Eiterbläschen, wenn wir jetzt wissen. Ah, mach mal langsam hier. So. Rubisch. Rubisch, Bruder. Hatte wohl keinen Bock mehr. Jo. Geh! ab ganz ruhig ach komm ein vaginale Eiterbläschen im Arsch so ach komm stirb ja ach 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 vaginale Eiterbläschen im Arsch ach 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 an manchen tagen habe ich einfach keinen bock mehr ich schleiche einfach mal vielleicht bringt es ja was tak schleich mode so dass mein bereich jungs löserinos r so viele löserinos auf eine nette ich glaube es ja nicht da gehe ich nicht hin Ah, Double Penetration. What? So, verledigt. Oops. Ach komm Wir haben eh nicht lang gelaufen Irgendein Scheißgeschütten Na komm schon Wo ist er dir Ja nein Nein Ach komm Ach komm Da krieg ich schon die Krätze Dass ich mich kratzen muss Machen wir langsam Bin doch nicht so weit Ja wie soll ich da bitte vorbeikommen Ich bleibe einfach hier stehen Und staub meine Kills an Wenn ich hier vorbeiläufe Ganz einfach Kills von hier abschalten Da kriegt man so die Krätze von Die Krätze von Die Krätze von Da kriegt man ja die Krätze von Die Krätze, Krätze, Krätze Krätze, Krätze, Krätze von Daaaah Fuck you Da laufe ich nicht nochmal rein Komm, 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 komm Weil ich die One-on-One-Duells Damn Ich bin ja schon wieder hier Ich bin ja schon wieder Oh man An manchen Tagen hat man einfach keine Lust mehr Man hat doch keine Lust mehr So hart keine Lust mehr Denn bei Tagen wie diesen Ist doch alles scheiße Oh baby Es ist doch scheiß Tag, Blues Au Zumindest die Fußball-Bundesliga-Spiele heute In der englischen Woche Zweiter Spieltag War echt gut Fast alle Unentschieden ausgehen Wow Ja, Double Penetration oder was Gangbanger Style Das ist der Gangbang Style Das ist der Gangbang Style Das ist der Gangbang Style So zurückgepickt So wird's gemacht Gut als Schwabel Ländleger Wenn wir schon zu geizig mit der Munition sind dann Obwohl ich ja eigentlich ein Bayer bin, aber naja. Gut, ich bin ein ausgewandelter Bayer. Paranoid! Paranoid! Ach, komm! Ach! Ja! Ja, ist klar! Natürlich! Ja! Boah! Jeho, Kla-Alter, Kla-Alter! Manchen Tagen hatten keine Lust mehr. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will endlich nach Hause. Boah, ich bin ja eigentlich da ein, aber naja. Das singe ich normalerweise meine Uni. Ich habe keine Lust mehr, ich will endlich nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Das Lernen fällt mir schwer. Schibbe du wau, wau, wau! Stöbern, Ketze! Ja! Schau wieder! Also, wisst ihr was? Ich glaube, das war wieder eine großartige Folge. Ja, der absolute Oberhammer. Ähm, an dieser Stelle beenden wir also jetzt das Let's Play Construct 2D. Ich werde mich mal ranhocken, aber ich glaube heute nicht mehr. Jetzt gucke ich selber noch ein paar Let's Plays an. Ein bisschen Gamecube rocken. Ähm... Ich denke mal, morgen werde ich dann noch einen Livestream-Folge machen, wo ich nochmal eine Viertel, halbe Stunde spielen werde. Natürlich mache ich euch noch ein Ankündigungsvideo, wenn ich weiß, wie viel Uhr. Vielleicht kriege ich sogar den Royale dazu, dass du mal mitspielst. Der wird sich noch mehr aufregen, wie ich. Ab mir. Ansonsten... Kommt danach noch ein Trivia-Video, wenn ihr ein paar Trivias findet. Und natürlich meinen Testbericht dazu auf GameStar.de, wenn man ihn schreiben kann. Denn ich denke nicht, dass Counter-Zirk 2D dort eingetragen ist als Spiel. Aber vielleicht kann ich es trotzdem schreiben, mal gucken. Es funktioniert. Und ich hoffe... Es hat euch gefallen. Dieses Spiel kann man wirklich gut spielen. Zwischendurch macht es echt Spaß. Auch wenn es manchmal frustrating ist. Aber das normale CS ist auch nicht besser. Oder auch andere Spiele. Zum Beispiel wie Dark Souls. Mein meistgeliebtes Spiel. Ähm... Ja... Laden es euch einfach runter. Es kostet nichts. Zwischendurch ist es echt mal gut zum Spielen. Wenn ich mal eine kurze Zeit habe. 15 Minuten oder so. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Let's Play mal wieder. Beziehungsweise... Eigentlich sehen wir uns ja nicht. Also... Ihr seht mich, wenn ich Facecam anhabe. Aber... Ich glaube nicht, dass beim nächsten Let's Play ich auch Facecam anhabe. Und ich sehe euch ja eigentlich gar nicht. Also... Ähm... Gut. Man... Interagiert das nächste Mal irgendwie in irgendeiner Form wieder. What the fuck. Also... Nichts vergessen. Play games the dynamic way. Und wie immer wünsche ich euch... Goodbye. GG. Und well played. Tschasen.